Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür und ganz ehrlich, wenn es jetzt draußen früher dunkel wird, sollte das Licht zu Hause doch umso gemütlicher sein und dabei kann man gleichzeitig auch was Gutes für die Umwelt tun durch effiziente Wohnraumbeleuchtung und ressourcenschonende Entsorgung von alten oder kaputten Lampen. Für jede Stimmung ist was dabei, es gibt sogar echtes Wohlfühllicht und dabei kommt es auf den sogenannten Kelvin-Wert an, abgekürzt mit einem großen K. Dieser Wert zeigt bei LED-Lampen die Farbtemperatur an. Eine warme Farbtemperatur hat einen höheren Rotanteil und einen Kelvin-Wert zwischen 2500 und 3000. Eine weiße Farbtemperatur hingegen hat einen höheren Blauanteil und einen Kelvin-Wert zwischen 4000 und 6500. Also, wenn es gemütlich sein soll, niedrige Kelvin-Zahl, beim Arbeitslicht am Schreibtisch oder zum Beispiel auch hier bei der Küchenzeile dürfen es schon 4000 Kelvin oder mehr sein. Das schont die Augen, hilft bei der Konzentration und übrigens auch bei der Farberkennung. Dann klappt es auch mit der Weihnachtsgans. Der Apropos Weihnachtszeit, dann nutzen wir ja viel mehr Lichter als sonst im Jahr und am besten LED-Lampen. Die sparen Strom und schonen die Umwelt. Im Vergleich zu einer alten Glühlampe ist man da um 90% besser unterwegs. Denn bei einer Nutzung von 10.000 Stunden reduziert sich der CO2-Ausstoß um sage und schreibe 250 Kilogramm, also eine Vierteltonne. Das liegt daran, dass eine 8 Watt LED-Lampe die gleiche Leuchtkraft besitzt wie eine alte 60 Watt Glühlampe. Außerdem sind hochwertige LED-Lampen besonders langlebig. Sie halten über 10.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen Nutzung von 2,5 Stunden pro Tag ist das über ein Jahrzehnt. Also Qualität kaufen, das reduziert die Abfallmenge. Aber das Wichtigste dabei ist die Entsorgung von Altlampen. Denn Lampen gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Aber zum Glück ist die Entsorgung kostenfrei und ganz einfach. Unter sammelstellensuche.de gibt es tausende von Sammelstellen. Also einfach Postleitzahl oder Ort eingeben und schon bekomme ich die nächstgelegenen Sammelstellen angezeigt. Kleine Mengen Sammelstellen, zum Beispiel in Drogerie- oder Supermärkten oder Elektronikmärkten oder auch im Baumarkt. Aber auch Großmengen Sammelstellen für gewerbliche Mengen ab 20 Lampen. Alles gleich um die Ecke. Perfekt. Ja und da bekomme ich bestimmt auch gleich neue effiziente Lampen. Ja und da bekomme ich bestimmt auch die Ecke.